Leica, nicht das Auge essen! Leica, nicht das Auge essen! Nein, Leica, nicht das Auge essen! Vielleicht kannst du das Auge runterreißen. Leica, nicht das Auge! Nein, ich weiß nicht, ich reiß dir keine Augen aus! Ich habe nur einen Ohren! Ich bin kein Verstümmler! Nein, ich mache die Hände! Wollen wir weiter? Nein! Ich weiß nicht, weil ich es nicht mehr wollte! Das Quack-Quack ist halt so toll! Ich mache doch nicht mehr Quack-Quack! Doch, macht schon noch! Ihr müsst euch entscheiden, wie er etwas hat! Ihr Auchen! Was hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.